Hallo, ich bin's, der Jens und Nicole und wir sind gerade auf dem Weg zum Rennsteig. Denn morgen findet am Rennsteig, oder auf dem Rennsteig besser gesagt, der Rennsteiglauf statt. Und an dem nehmen wir teil, Halbmarathon. Wer jetzt nicht weiß, wo der Rennsteig ist, der Rennsteig liegt in Thüringen. Thüringer Wald. Und wir nehmen euch einfach mal mit auf diese kleine Reise. Wir werden euch ein paar Sachen zeigen. Das und mehr als jetzt in diesem Video. So, wir sind jetzt bei Club Clos Arby. Das heißt, als erstes müssen wir uns mal anstellen. Bis ganz dahinter müssen wir nur mit den Reisen zurückkommen. So, wir sind jetzt bei Club Clos Arby. Also, wir sind jetzt gerade von der Laufparty gekommen. Nick, in einem wieviel Sternehotel schlafen wir denn heute Nacht? Ein Sternehotel. In einem Ein-Sternehotel. Ein Stern. Und wie das ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. Hier wird also heute Nacht genästigt. Und darum ist jetzt hier Schluss. Wer sich richtig erkannt hat, das war natürlich der Michael Vogt. Mal sehen, ob wir uns später hier nochmal sehen. Jetzt ist es kurz davor und jetzt geht es gleich los. Und wer sich wundert, warum ich hier aussehe wie der Müllmann. Das ist einfach nur der Windschirm. Sie sind hier, ihr habt es geschafft. Ja, es geschafft. Ja. 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 Ja.